Ich habe eigentlich immer irgendetwas gemacht, das ganze Leben lang. Ich habe immer gelernt. Ich habe dann als Technikerin gearbeitet, habe dabei als Übersetzerin ins Technische Russische gearbeitet. Nachdem ich nach Österreich geflüchtet bin, da war ich schon praktisch voll im Leben. Ich war 32, ich war kein junges Mädchen, habe ich eine lange Zeit, weil dann muss man natürlich alles Mögliche, damit man durchkommt, alles Mögliche ausprobieren. Dann bin ich in Graz in einer Firma und habe einfach getikettiert. Und dann habe ich auf eigene Kosten die EDV-Kurse bei Wifi Graz gemacht und so bin ich Programmiererin geworden. Also das war eigentlich ein laufendes Lernen und dann ist die Wende gekommen in den ehemaligen Ostblockländern. Dann war ich Geschäftsführerin von GIGASPORT Tschechien und Slowakei und mein Mann ist mitgegangen. Und dann habe ich gesagt, wenn ich einmal Pension bin, dann schreibe ich von Prag nach Haselsdorf und retour. Ich bin mit der Christine befreundet und habe sie gefragt, ob es irgend so etwas gibt. Und dann hat sie gesagt, wir haben jetzt intergeneratives Thema und wirst du nicht dabei mitmachen. Das Leben wird quasi so ablaufen wie auf der Bühne auch. Das heißt, es wird eine Begrüßung geben. Ich werde moderieren, ich werde quasi die Spielregeln erklären, Ich werde einen kurzen Opferlamm-Text machen, der einfach die Nervosität nehmen soll, quasi dass niemand die oder der Erste sein muss und gleichzeitig für die Abstimmung quasi den Pegelstand setzt. Also es wird eine Abstimmung geben wie bei einem richtigen Slam. Wir werden das über eine Online-Umfrage machen und letztendlich wird es auch eine Siegerin oder einen Sieger geben. Die Frage ist nur, ob es tatsächlich nicht zu politisch ist, ob es nicht ein anstrengendes Thema ist. Das bin ich dir nicht ganz sicher. Ich liebe politische anstrengende Themen. Wir fühlten uns gegen die schlimmsten Angriffe von Kunstbanausen, Erzkonservativen, Intoleranten und wenig bis gar nicht progressiven, gut gewappnet. Wir wollten der Welt und ihre Rückständigkeit trotzen, wollten Hälften, diese auf sanfte Art und Weise zu beseitigen. Unser Melanzani sollte so bleiben, wie von seinem Vorbesitzer liebevoll gestaltet und von uns freundlich empfangen. Das stellte unsere Welt auf den Kopf. Arno war untröstlich, als ich mit dem entmannten Wagen nach Hause kam. Er konnte mein Einknicken gar nicht glauben. Wir sind nicht mehr autonom. Wir sind wie alle anderen durch die Meinungen der Umwelt getriebene und fremdbestimmte Ochsen. Oh, was für eine wunderschöne Geschichte. Es gibt ein paar so typische Textsparten im Slam. Und einer ist eben dieses erzählerische, anekdotenhafte aus dem eigenen Leben, an dem man auch ein bisschen so die Welt verhandelt. Und das, finde ich, gelingt da sehr schön, weil man natürlich sofort anfängt, Assoziationen zu spinnen, quasi, wo man sich sonst durch die Meinung anderer von Dingen abbringen lässt, an die man ursprünglich eigentlich geklappt hätte. Ich finde es super, dass diese Mischung von diesem Lustigen und das Auto aufgebaut und dann die ganze Geschichte, die du dazu gepackt hast und da eben den One-Hinterkont dazu. Diese Mischung finde ich einfach ganz nett. Fand ich total spannend und jedes Auto hat eine sehr Geschichte, oder? Das ist so ein Lebensabschnitt, den man da so damit verbindet. Mir hat nur gefallen, das hat mir unheimlich gefallen, die Bereitschaft von allen, die Texte oder die Gedankengänge den anderen zu akzeptieren. Das war richtig angenehm, ja. Aber Probleme mit öffentlichem Auftreten habe ich eigentlich nie gehabt, abgesehen davon, dass ich auch im Beruf viel zu Leuten habe reden müssen. Ich habe jetzt ein bisschen eigentlich eh Probleme damit, wenn überhaupt, wenn man bei einem der Texte ist ziemlich privat. Und das macht mir Probleme, weil ich nicht so aktiv bin, der herumposont, was man erlebt hat. Das hat mich überrascht eigentlich, dass so junge Menschen so eine wunderschöne, ohne eigentlich schriftstellerische Vorgeschichte, so wunderschöne Texte zusammenschreiben können. Man muss neugierig sein. Das Wichtigste überhaupt, meiner Meinung nach, ist Neugier. Wenn man nicht neugierig ist und wenn man als Antwort verwendet, ah, da kenne ich mich nicht aus. Das ist schon so eine Bremse für alles eigentlich, für jede Aufnahme, dass es schwer, was zu erreichen ist in dem Lernbereich. Ich werde in jedem Fall schauen, dass ich einen Schreibkurs besuchen werde. Und zwar in dem Sinne, tatsächlich das Schreiben von der Pike zu lernen, weil ich möchte tatsächlich die Geschichte der Familien zusammenschreiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017